Immer in Bewegung bleiben! Skylander des Luftelements sind in dieser Zone stärker. Gib nicht auf, Skylander! Nur die Finsternis-Rissmaschine kann diese Welt retten. Und alle Welten, die wir berühren. Nur ein Fahrzeug vom Element Magie kommt durch dieses Tor. Vergiss nicht, dass du diese Objekte ziehen und schieben kannst. Energy Guard gun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Skylander des Lichtelements sind in dieser Zone stärker. Untertitelung des ZDF, 2020 Skylander des ZDF, 2020 Skylander des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist nicht mehr weit, doch der Kataklysmus steht kurz bevor. Ich hoffe, eine dieser Informationen war hilfreich. ZDF, 2020 Siehe, die Finsternis-Rissmaschine. Das ist deine letzte Prüfung. Diese Wesen haben eine Verbindung zur Finsternis-Rissmaschine entwickelt. Etwas in ihrer Natur spricht sie an. Du musst sie besitzen, die Maschine haben willst. Das ist nicht mehr weit, doch der Kataklysmus ist nicht mehr weit, doch der Kataklysmus ist nicht mehr weit. Du bist dazu bestimmt, das Reliefel zu lösen, Skylander. Auf dich habe ich gewartet. Und da ist es nicht mehr weit. Du bist 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 nicht mehr weit. ich weiß nicht wie es euch geht aber das ding macht mich nervös ja hey meinst du es könnte max in ein schräges rustikales rissmonster verwandeln flin sei nicht albern das ist eine maschine das geht gar nicht oder ich weiß nur das regel nummer eins einer geheime ninja kommando operation kein altes leuchten des dingsbums beinhaltet dass unsere position verrät was zum futterwahn ist denn das die akademie wird angegriffen ich wiederhole die akademie wird angegriffen alle nicht kämpfer bitte in ihre quartiere und dort bleiben überlasst das den profis dann zeigt mal wozu das ganze geheime ninja kommando training gut war rekrut vertreibt diese himmelsbanditen von meiner insel